Tom's Talk Time Folge 839 In der heutigen Folge von Tom's Talk Time tauchen wir wieder in die Welt des Netzwerkens ein. Speziell diesmal aus der Perspektive unserer introvertierten Freunde. Fühlst du dich manchmal überwältigt bei dem Gedanken auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen? Fragst du dich, wie du als Introvertierter effektive und effiziente Beziehungen aufbauen kannst, ohne deine Komfortzone zu sehr zu verlassen? Wir zerlegen das Konzept des Netzwerkens, besprechen die einzigartigen Herausforderungen, denen sich Introvertierte gegenübersehen und erhöhen Strategien, die dir helfen, diese zu meistern. Du wirst hören, wie du tiefe, sinnvolle Verbindungen knüpfen kannst, die über flüchtigen Smalltalk hinausgehen und wie du Netzwerkveranstaltungen findest, die wirklich zu deinem Stil passen. Also bleib dran, hol dir wertvolle Tipps und lerne, wie du dein Unternehmen durch authentisches, auf deine Persönlichkeit zugeschnittenes Netzwerken voranbringen kannst. Tomstalktime.com Der Erfolgspodcast Inspiration für deinen persönlichen Erfolg Von und mit Tom Kaunis Hallo Podcast Nation, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Ich begrüße dich heute aus dem immer sonnigen und freundlichen Dubai und freue mich, dir heute ein Thema näher bringen zu dürfen, das vielen von uns am Herzen liegt. Das Netzwerken für Introvertierte. Lass uns tief in die Welt des Netzwerkens für Introvertierte eintauchen. Für viele von euch, die eher introvertiert sind, was erstaunlicherweise wirklich sehr, sehr viele Unternehmer sind, von denen man das auf den ersten Blick gar nicht erwartet, mag die Vorstellung von Netzwerken wie ein riesiger Berg zu erscheinen, den man irgendwie erklimmen muss. Aber keine Sorge, es gibt Wege, die diesen Berg in eine angenehme Wanderung verwandeln können. Nehmen wir unseren fiktiven Freund Felix als Beispiel. Felix ist ein typischer Introvertierter. Er liebt tiefe Gespräche, hat einen sehr kleinen Social Circle, fühlt sich in großen Gruppen oder auf lauten Events sehr schnell unwohl und erschöpft und anstatt sich auf jedem Netzwerktreffen zu zeigen, wählt Felix gezielt Veranstaltungen aus, die seinen Interessen entsprechen und bei denen er weiß, dass er sinnvolle Gespräche führen kann. Statt im Mittelpunkt zu stehen, findet Felix oft am Rande des Raumes Personen, die ähnliche Interessen teilen, was zu intensiveren und bedeutungsvolleren Verbindungen einfach führt. Aber wie kann Felix und jeder andere Introvertierte diese natürlichen Tendenzen in Stärken beim Netzwerken umwandeln? Ja, wir haben bei den Extrovertierten in der vorherigen Episode ja gesehen, das sind ja wirklich so die Dampfwalzen, die gehen rein in den Raum und bam, da bin ich und hey hier und hallo, hey Bro. Und ja, die gehen auf jeden zu, die scheißen sich da gar nichts, das ist für die super easy, sind eher dann auch so die lauteren Leute. Und wenn Introvertierte sowas sehen, denken die auch gleich so, oh Gott, nein, holt mich hier raus, ich muss hier weg. Und es ist tatsächlich oft so, dass auf Netzwerkveranstaltungen in der Mitte des Raumes eher Extrovertierte viel unterwegs sind und die Introvertierten sich eher am Rande so ein bisschen bewegen, weil sie halt eben auch von Haus aus schon gar nicht so im Mittelpunkt stehen wollen. Es sei denn, es sind welche, die ganz besonders daran arbeiten und richtig weit aus ihrer Komfortzone rausgehen und sagen, hey komm, scheiß drauf, ich versuche es heute mal und gehe wirklich mal genau mitten rein. Aber für Introvertierte, es beginnt damit, Veranstaltungen nach Qualität statt Quantität auszuwählen. Kleinere und themenspezifische Veranstaltungen oder gegebenenfalls sogar auch Online-Netzwerk-Meetings können erstmal ideale Plattformen sein, um tiefgreifende Gespräche zu führen und Beziehungen langsam aufzubauen, die eben über das oberflächliche, ja hey, wie geht's dir, ja toll, gutes Wetter und bla bla bla, diesen Smalltalk eben hinausgehen. Du kannst auch deine Rolle auf diesen Veranstaltungen so ein bisschen anpassen. Wenn du den Veranstalter zum Beispiel kennst, kannst du schauen, dass du eventuell als Helfer irgendwo mit unterstützen kannst oder als Moderator oder als Teilnehmer in der Diskussionsrunde. Und gerade als Moderator und Teilnehmer in der Diskussionsrunde, das bietet dir natürlich auch ganz natürlich eine besondere Gesprächsgrundlage und macht dich natürlich sehr interessant für die anderen Teilnehmer auf dem Event, weil die halt sehen, oh, das ist der Moderator, oh, das ist einer aus der Expertenrunde oder aus der Diskussionsrunde und die sprechen, also die Teilnehmer werden dich dann automatisch ansprechen. Und in der Regel ist es so, Introvertierte haben weniger ein Problem damit, wenn die angesprochen werden. Das größere Problem ist oft, wenn die auf Leute zugehen sollen, insbesondere wenn das sogar vielleicht eine kleine Gruppe ist, wo zwei, drei, vier Leute zusammenstehen und das heißt so wegen, ja, geh doch mal zu der kleinen Gruppe, sag mal hallo, stell dich mal vor. Oder viele sagen, ach du Scheiße, holt mich raus, ich will weg. Ja, das sind so unsere Introvertierten. Wie man das Ganze am besten lernen kann, ist natürlich von Menschen, die letztendlich da sind, wo man hin möchte und da kann man zum einen natürlich eben sich von Leuten ans Händchen nehmen lassen, die viel auf Netzwerkevents gehen oder man liest das ein oder andere Buch natürlich auch dazu. Wenn du auch auf Hörbücher stehst, dann hol dir jetzt unser Hörbuch Selfmade Millionäre packen aus. Hierfür haben wir hunderte von Interviews analysiert, allesamt von Selfmade Millionären. Dabei haben wir festgestellt, dass es immer wieder die gleichen neun Eigenschaften sind, die sie gemeinsam haben und die Millionäre von Nicht-Millionären unterscheiden. Aber das Beste daran ist, im Hörbuch verraten wir dir nicht nur diese neun Eigenschaften, sondern wir geben dir auch eine genaue Anleitung, wie du dir diese neun Eigenschaften selber aneignen kannst. Hole dir jetzt dein Hörbuch auf tomstalktime.com slash Eigenschaften und erfahre, welche Eigenschaften dich auf deinem Weg zum Millionär unterstützen. Selfmade Millionäre packen aus. tomstalktime.com slash Eigenschaften Introvertierte können auch digitale Tools nutzen, um die Anfangshürden des Netzwerks zu überwinden. Durch den Aufbau von Online-Beziehungen, bevor du dich persönlich mit den Leuten triffst, kann das wirklich schon mal das Eis brechen und die Basis einfach für eine tiefere Unterhaltung schaffen, wenn man sich vorher eben schon, ich sag mal, ein bisschen online aufgewärmt hat. Sobald Introvertierte sich dann persönlich treffen, ist nämlich hier bereits eine Verbindungsebene vorhanden und die macht es einfach viel, viel leichter, ins Gespräch zu kommen. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg für Introvertierte ist es, sich die Zeit zu nehmen, Beziehungen zu pflegen. Und es geht nicht darum, so viele Kontakte wie möglich zu sammeln, sondern darum, wenige aber bedeutungsvolle Beziehungen zu entwickeln. Felix, unser Beispiel, könnte zum Beispiel eben nach einem Networking-Event gezielt Follow-up-Nachrichten senden, um die Diskussion weiterzuführen oder ein Treffen zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbaren. Aber das ist ja eh generell das, was eben Introvertierten leichter fällt, eben diese Beziehungen zu pflegen und bei den Beziehungen dran zu bleiben. Jetzt, wo wir einige Herausforderungen verstanden haben, mit denen Introvertierte wie Felix konfrontiert sind, lass uns mal kurz darüber sprechen, wie du als introvertierter Unternehmer effektiv netzwerken kannst. Es geht darum, die richtigen Bedingungen zu schaffen, in denen du blühen kannst. Und wie vorhin auch schon so ein paar Tipps jetzt während der Episode schon generell genannt, statt dich in große, laute Veranstaltungen zu stürzen, such einfach nach kleineren Meetups oder gegebenenfalls auch erstmal nach Online-Netzwerk-Möglichkeiten, die tiefergehende Gespräche ermöglichen. Wobei ich hier gleich auch eine kleine Warnung rausgeben möchte zum Thema Online-Netzwerk-Möglichkeiten. So gut ich das auf der einen Seite finde, Online-Networking, auf der anderen Seite, es geht nichts über Offline-Networking. Also wirklich raus, Hände schütteln, Leuten in die Augen schauen und das nicht per Videotelefonie, sondern im wahren Leben. Das ist immer noch das Effektivste und das Effizienteste, weil da werden wirkliche Beziehungen aufgebaut und da werden auch dann tiefergehende Gespräche geführt. Weil es ist was anderes, ob man sich einfach nur online kennenlernt oder eben wirklich mal die Hand schüttelt. Und denk auch daran, deine Rolle auf diesen Veranstaltungen anzupassen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, sei es als Helfer, als Moderator oder als Teilnehmer in der Diskussionsrunde. Am besten wäre natürlich Moderator oder Teilnehmer auf so einer Panel-Diskussion, weil dir das eben nicht nur die Gesprächsgrundlage gibt, sondern du dich dadurch natürlich auch dem Publikum einfach als Experte präsentieren kannst und die Leute dann auf dich zukommen zu deinem Thema, weil die dann schon gleich wissen, okay, das ist jetzt der Experte für XY und da hast du dann gegebenenfalls auch schon direkt potenzielle Kunden oder zumindest sehr hochwertige Netzwerkkontakte, die du dort aufbauen kannst. Also, liebe Introvertierte, lasst euch nicht von der lauten Welt des Netzwerkens abschrecken. Mit den richtigen Strategien könnt auch ihr eure einzigartigen Stärken nutzen, die ihr durchaus habt, um sinnvolle, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Denn das ist nämlich genau das, was ihr könnt, worin ihr richtig, wirklich verdammt gut seid und woran sich die ganzen Extrovertierten eine Scheibe von abschneiden können. Andersrum könnt ihr euch natürlich von Extrovertierten eine Scheibe abschneiden, auch mal rauszugehen und ein bisschen lauter zu sein. Ihr müsst ja nicht gleich direkt schreiend durch die Gegend rennen, aber einfach mal leichter auf andere Leute zuzugehen. Denk einfach daran, dass Netzwerken, es ist keine One-Size-Fits-All-Lösung, wo man sagen kann, das ist das Richtige und das funktioniert für jeden. Das ist natürlich Blödsinn. Netzwerken, das muss dir passen. Das ist wie ein Maßanzug. Für den einen ist das genau richtig, für den anderen ist das genau richtig. Du musst dabei einfach authentisch sein und es soll eben deine individuellen Stärken und auch Vorlieben natürlich hervorheben und dazu passen. Und auch noch ganz wichtig, lasst euch nicht von lauten Extrovertierten abschrecken. Also diese machen zwar sicherlich mehr Kontakte als ihr, dafür werden die eher selten ihre Kontakte pflegen, weswegen die diese wieder verlieren und einfach mehr Kontakte machen müssen. Also, das soll es soweit jetzt schon für heute zum Thema Netzwerken für Introvertierte gewesen sein. Ich hoffe, du konntest wertvolle Einblicke gewinnen und siehst, dass auch du als introvertierte Person effektiv netzwerken kannst. Erinnere dich einfach daran, dass die Tiefe der Verbindung oft mehr zählt als die Breite deines Netzwerks. Welche Strategien möchtest du ausprobieren? Und teile mir doch deine Gedanken einfach gerne als Kommentar mit oder schreib mir direkt eine Message oder eine E-Mail. Und vergiss natürlich nicht, unser Hörbuch Selfmade Millionäre packen aus. Diese neuen Eigenschaften führen dich zum Erfolg. Es ist eine Goldgrube an Einsichten, die dir helfen können, auf deinem Weg erfolgreich zu sein. Das sind wirklich die ganzen Tipps und Tricks von Selfmade Millionären, die sie dort wirklich uns verraten haben. Sichere dir dein Exemplar zum Sonderpreis unter tomstalktime.com slash eigenschaften. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß in der kommenden Woche. Drück die Daumen, wenn irgendwo ein Netzwerktreffen ist. Setz mal ein paar von den Strategien um. Falls noch keins Konkretes ist, schau einfach mal, wo sind Netzwerktreffen, wo kannst du vielleicht an der Diskussionsrunde teilnehmen, als Panel-Teilnehmer oder sogar vielleicht auch als Moderator. Probier es einfach mal aus, tut gar nicht weh. Und bei allem, was du machst, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Tschüss, passt gut, dein Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns darauf, deine einzigartige Perspektive mit unserem Publikum zu teilen und gemeinsam deine Marke zu stärken. Besuche jetzt tomstalktime.com und klicke auf Jetzt Interviewgast werden.